Gerd war eine Tormaschine und ein Garant für den FC Bayern für viele Titel. Er war ja einer der größten Fußballer, die Deutschland hervorgebracht hatte. Er ist ja auch ein Mythos dieses Klubs. Insgesamt 1.251 Tore für den FC Bayern, unerreicht. Gerd gehört zu den zwei, drei besten Torjählern der Welt. Vielleicht, wahrscheinlich, war er sogar der Beste. 40 Tore in einer Saison, ein Rekord vielleicht für die Ewigkeit. Ich maße mir an, zu sagen, der Gerd würde heute in der Bundesliga 50 bis 60 Tore machen. Gerd Müller, un grande artillerio del Bayern. Müller, kein Abteil. Gerd, jetzt, Tor! Er hat viele entscheidende Tore geschossen. Er hat ja eigentlich in jedem Endspiel irgendwie getroffen. Er war einer der größten Spieler auf der Welt und, ich denke, die beste wahrscheinlich Stürmer auf der Welt. Diese Beine wurden der Schrecken vieler Verteidiger weltweit. Er war, wie soll ich sagen, gut genährt und Oberschenkel, wie er die anderen Teile gehabt haben. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn das gut geht. Der war mehr so quadratisch, von der Figur her. Er hatte einfach den Riecher. Er stand immer auf dem richtigen Platz. Ein bescheidener, zuverlässiger, toller Kamerad, toller Freund. Nördlingen in Schwaben. Es gibt zwei Dinge, auf die die Einwohner stolz sind. Der Kirchturm Daniel und Gerd Müller. So schwebt der Name Gerd Müller über der Stadt. Man sieht überall Bilder von ihm. Die Touristen fragen nach ihm. Gerd Müller ist überall. Am 3. November 1945 wird Gerd Müller hier mitten in der 20.000 Einwohner Stadt Nördlingen geboren. Und hier legt er den Grundstein für seine einzigartige Karriere. Es gab einen Platz, der war aus Pflastersteinen. Und darauf haben wir Fußball gespielt. Vielleicht kommt auch daher das Gefühl für den Ball, weil er verspringt ja völlig unberechenbar auf diesem Pflaster. Aber der Gerd Müller, der hat das immer beherrscht. Der konnte immer vorausahnen, wie der Ball springen wird. Und hat da schon Sachen gemacht, die einzigartig waren. Gerd Müller wird erst mit zwölf Jahren mit dem Vereinsfußball beim TSV 1861 Nördlingen beginnen. Davor ist Kreativität gefragt. Vor allem, was die Wahl des Spielfeldes angeht. Nach der Schule sind wir in der Bäckerei. Da waren auch zwei Mitschüler von uns. Die haben eine Bäckerei gehabt. Und nach Schluss, wenn wir von der Schule gekommen sind und die Bäckerei war zu, dann haben wir die Teigschüsseln umgedreht in der Backstube. Das waren wie große Satellitenschüsseln. Und dann haben wir ein Turnier gemacht, Mann gegen Mann, der Bäckergeselle, der Gerd und ich. Und auf dem engen Raum, da die schnellen Drehungen. Die schnellen Drehungen, eine perfekte Ballbehandlung und natürlich sein unglaublicher Torriecher. All das lernt er schon hier bei 1861 Nördlingen. Und sehr schnell wird er zum Rekordtor schützen. Zu Jugendzeiten, da hat er die Tore geschossen in der Saison 62, 63. Mit allem zusammen, Freundschaftsspiele, sämtliche Punktspiele und um die schwäbische Meisterschaft insgesamt 240 Tore geschossen. Schon als 17-Jähriger spielt er in der Herrenmannschaft des TSV und erzielt in 28 Spielen 47 Tore. Das schafft Begehrlichkeiten bei beiden Münchner Klubs. Ich war auch mit im Wohnzimmer gesessen, wo dann die Herren gekommen sind. Die einen zur Tür raus, die anderen zur Tür rein. Wie sie jetzt alles engagiert haben. Und dann war die Frage, er hat ja zuerst gar nicht gewusst, wer jetzt welcher ist im Endeffekt. Bis er dann erfahren hat, das ist der FC Bayern und die 60er sind schon drüben im Lokal. Und dann war eigentlich, die Entscheidung von ihm war dann eigentlich, wie ich sage, schnell gefallen. Dass er gesagt hat, ja. Man hat ja fast noch die Unterschrift von der Mutter dann gefehlt. Mutter Christina Caroline unterschreibt und Gerd Müller wechselt für eine Ablösesumme von 4400 D-Mark zum FC Bayern. Im Nachhinein war es für mich, glaube ich, schon wichtig, dass ich zu Bayern gegangen bin. Denn damals hat Brunelmeier, Freddy Heiß, Küppers, Grosser, hätte ich ja nie eine Chance bekommen, bei 60 zu spielen. Sein erster Trainer ist Csik Tchaikowski, der nach anfänglichen Bedenken vom gut gebauten Torjäger begeistert ist. Meine größte Entdeckung ist auch kleine Dickes Müller. Kleines Dickes Müller tut sich anfangs schwer beim FC Bayern. Er hat Heimweh, fährt an freien Tagen mit einem befreundeten Obsthändler oft nach Hause und muss die Zweifel wegen seiner etwas rundlichen Statur aus der Welt schaffen. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn das gut geht. Was haben Sie da für einen Spieler gekauft? Oder geholt von Nördlingen, der Gerd. Der war mehr so quadratisch, von der Figur her. Er war nicht schnell, der Gerd, sondern er hat eine unwahrscheinliche zackige Bewegung, wie er es auch gewollt hat, wenn er auf der Flucht ist. So hat der Gerd seine Haken geschlagen können, auf engstem Raum. Und er schafft schließlich den Durchbruch. Im Oktober 1964 beim SC Freiburg, da hat er das erste Mal gespielt. Er musste spielen, weil der Präsident Neudecker drauf gedrungen hat, dass er spielen muss. Der Gerd hat seine ersten Tore gemacht, ich glaube es waren zwei, eins oder zwei. Und so hat es entstanden, dass der Gerd von da ab von der Mannschaft nicht mehr wegzudenken war. Gerd Müller erzielt in jedem seiner ersten 12 Legionarligaspiele mindestens einen Treffer und ebnet 1966 mit insgesamt 39 Toren den Weg zum Aufstieg in die Bundesliga. Tor! Das war Tor Nummer drei durch Müller, der offensichtlich leichte Arbeit hatte. Vorstand und Trainer reißen die Arme hoch. Das war der stolzeste Tag der Bayern. Aufstieg in die Bundesliga. Am 14. August 1965 geht es in seinem ersten Bundesligaspiel gegen 1860 München. Gerd Müller muss, nach einer Verletzung von Kunstwadel, sogar linker Verteidiger spielen und verliert mit den Bayern mit 0 zu 1. Seine ersten beiden Bundesligatore erzielt er zwei Wochen danach gegen Eintracht Braunschweig. Und gleich in seiner ersten Saison darf er seinen ersten nationalen Titel feiern. Die Bayern holen mit einem 4 zu 2 gegen den Maidericher SV den DFB-Pokal. Mit Sepp Meier, Gerd Müller, der ausnahmsweise nicht trifft, und Franz Beckenbauer hat der FC Bayern jetzt eine Achse, die dem Verein bald zu Weltruhm verhelfen wird. Gerd Müller ist längst akzeptiert und rächt sich bei den ehemaligen Zweiflern auf seine ganz eigene Weise. Der gemeine Kerl, er hat auch auf uns keine Rücksicht genommen. Wenn wir im Training ein Spiel hatten und Gerd Müller war in der anderen Mannschaft zugeteilt, da hat er uns manchmal verarscht, wenn ich das so sagen darf. Da hat er angedeutet mit seiner Schnelligkeit, wir sind natürlich darauf reingefallen, wir waren am Boden gelegen und er ist durchmarschiert. Dann habe ich einmal gesagt, hey Katja, jetzt pass auf, jetzt mag ich nicht mehr. Wenn der nochmal uns lächerlich macht, dann kriegt er aber sowas von saures, dass er, wenn er nicht spielen kann am Samstag, dann ist das mir auch wurscht. Was war, der hat wieder das Gleiche gemacht, wir waren wieder am Boden gelegen und fertig. Das war Gerd Müller, der war sagenhaft. Und das beweist er auch beim 4 zu 0 im Pokalfinale 1967 gegen den HSV. Das ist Müller und das ist das 1 zu 0. Müller im Doppelpass und dann mit dem Tor. Brenninger legt auf, Müller vollendet das 3 zu 0. Jetzt war alles klar. Seine beiden Treffer sichern den dritten Pokalerfolg des FC Bayern. Seinen ersten internationalen Titel holen er und seine Bayern auch 1967 im Europacup der Pokalsieger mit einem 1 zu 0 Sieg gegen die Glasgow Rangers. Auch persönlich holt er Titel. Müller wird 1967 und 1969 zum Fußballspieler des Jahres gekürt und in beiden Jahren auch Torschützenkönig. Diese Trophäe hält er insgesamt sieben Mal in die Höhe. Auch das ist bis heute einmalig im deutschen Fußball. 1969 erzielt Gerd Müller beim 2 zu 1 Sieg im Pokalfinale gegen Schalke 04 beide Treffer. Die Bayern holen erstmals das Double und der Bomber erklärt sein Erfolgsrezept. Du musst als Mittelstürmer immer schauen, der Gegenspieler oder reagierst du schneller als der andere. Und vor allen Dingen, du musst die Nase haben, dass der Ball nur kommt. Das kannst du nicht lernen. Das hast du oder hast du es nicht. Gerd Müller gewinnt in seiner Zeit beim FC Bayern insgesamt 13 Titel und wird 18 Mal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben. Ich glaube auch, dass er jetzt in seiner Zeit ein ganz, ganz entscheidender Faktor für diesen Klub war, für die Entstehung des Mythos FC Bayern München. Tore schießen war sein Leben. Freundschaftsspiele, wo es eigentlich um fast gar nichts ging. Und du schießt einmal von etwas weiter oder von einem Winkel, wo fast kein Tor schießen kann, da hat sich der Gerd aufgeführt. Das war unglaublich. Warum spielst du nicht ab? Ich bin in der Mitte frei. Also er wollte, wenn er zehn Tore hat, dann wollte er das Elfte schießen und als Elfte wollte er das Zwölfte schießen. So war Gerd Müller von der Einstellung. Der Bomber der Nation hatte viele Facetten. So versuchte er sich als Schiedsrichter und als Trainer eines Amateurteams in München. Er konnte fast alles. Selbst im Tor gab er eine gute Figur ab. So durfte er 1965 gegen den HSV, nach einer Verletzung von Sepp Maier, sogar für drei Minuten zwischen die Pfosten. Der Gerd war ein guter Torwart. Der Doktor Spanbauer, der hat mich da hinten am Tor behandelt. Und als der Gerd für mich ins Tor, hat er mir einen Pullover aufgezogen und ist ins Tor gegangen, dann habe ich immer so zugeschaut. Der Doktor hat am Fuß rumgemacht, Gerd, pass auf, da rechts nicht, habe ich immer so diktiert. Dann Flanken rein, dann ist er oben durchgesaust, dann muss schnell ins Tor gehen. Der Doktor hat mir einen Verbanding gemacht, der Gerd hat mir das Trikot wiedergegeben, dann bin ich ins Tor gegangen und dann konnte ich weitergespielt vor dem Sturm. Sepp Maier und er werden immer berühmter. Sie sind gefragt, auch im Filmbusiness. Wenn Ludwigs man nicht verzieht, da waren wir zwei Rekruten, Hansi Kraus damals, das war meine Spätsche. Und da waren wir miteinander in den Königbayerischen Dings Militär, da gibt es sogar schöne Fotos davon. Ja, er war schon ein besserer Fußballer. Gott sei Dank. Die Bayern-Achse harmoniert auch neben dem Platz bestens. Vor allem Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Die zwei haben sich auch gut verstanden, muss man sagen. Die haben immer auf einem Zimmer gelegen. Früher gab es ja noch Doppelzimmer und da war eine große Harmonie zu spüren. Am Morgen, als wir noch im Bett gelegen sind, haben wir uns auch über den morgigen Gegner unterhalten. Und er hat mir immer, sagen wir mal, die Leichtigkeit gegeben. Ich war immer einer, der nicht zweifelte, aber der so immer wieder versucht, Oh, da könnte vielleicht was sein, da könnte vielleicht was sein. Und die hat der Gerd weggewischt. Also er hat mir diesen Zweifel, den ich manchmal hatte, den hat er mir total genommen. So präsent und selbstbewusst der Bomber der Nation auf dem Fußballplatz auftritt, so bescheiden ist er privat. Das betrifft auch seine Urlaubsgestaltung. Der Gerd hat sich auch im Urlaub benommen wie der Herr Mahlmüller-Huber. Er war immer freundlich, hat jedes Foto gemacht, ohne Murren, egal wie und wann. Und wenn es das 500. am Tag war, völlig egal. Gerd Müller fährt anfangs noch mit der Straßenbahn oder geht sogar zu Fuß zum Trainingsgelände des FC Bayern. Und so bescheiden verhält er sich auch im Umgang mit Neuzugängen, wie 1974 bei Karl-Heinz Rummenigge. Er war kein Mann der großen Worte. Das war auch als Spieler schon so. Also ich kann mich erinnern, an meinem ersten Trainingstag hier bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr Müller, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge. Und dann hat er gesagt, du, ich reise Gerd. Wir spielen ja jetzt zusammen in einer Mannschaft. Dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich so oft spielen darf. Ich bin erstmal froh, dass ich auf dem Trainingsplatz mit ihm sein darf. Aber er war ein guter Typ, muss ich ehrlich sagen. Richtig angenehmer Zeitgenosse. Angenehm im Privaten und gnadenlos seinen Gegnern gegenüber. Gerd Müller erzielt in der Bundesliga insgesamt 365 Tore. Vier davon im November 1971 beim 11 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Am Ende dieser Saison erzielt er 40 Tore. Ein Rekord, den selbst Stürmer wie Robert Lewandowski bisher nicht knacken können. Müller. Und wenn der Gegner sich nicht einig ist, setzt Müller eben den Schlusspunkt. Sechs zu Teil für Bayern München. Das fünfteste Tor von Gerd Müller in dieser Saison. Das war so ein Sturm, der kann von jeder Situation Tore ausschießen. Und auch viele Tore in einem Spiel geschossen. Das war eine starke Sache. Damals war er einer der größten Spieler auf der Welt und ich denke, der beste wahrscheinlich Sturm auf der Welt. Gerd Müller erzielt in seinen 14 Jahren in der Bundesliga durchschnittlich 26 Tore pro Saison. Auch weil er fleißig ist und nie aufgibt. Ein unwahrscheinend Torriecher hat er gehabt. Wenn das Hund einmal rückpasst, dann ist der Hund einmal nachgelaufen und einmal hat er keinen Ball abgefangen. Das war in seinem Blut drin. Gerd Müller wird siebenmal Torschützenkönig der Bundesliga. Viermal im Europacup der Landesmeister. Zweimal wird er Europas Torschütze des Jahres. Und 1970 mit zehn Treffern sogar WM-Torschützenkönig. Er hat aus den unmöglichsten Situationen, aus den unmöglichsten Winkeln Tore gemacht, weil er sich das einfach zugetraut hat. Er hat versucht, immer den Ball ins Tor zu bringen. Egal wie, ob mit dem Knie, mit dem Kopf, mit der Brust oder mit der Stiefelspitze, sein Ziel war, den Ball ins Tor zu bringen. Und das so oft wie möglich. Viermal erzielt Gerd Müller fünf Tore in einem Spiel. Wie im Mai 1973 beim 6 zu 0 gegen Kaiserslautern. Sein Fünferpack sicherte den Bayern den vierten Meistertitel und er holt sich zum fünften Mal mit 36 Treffern die Torjägerkanone. Wow, der hat schon was gut von der Gerd. Ich sage, der Gerd ist ein einmaliger Bruder. Einmalig. Bravo! Ja, der wilde Gerd. Der ist reif für den goldenen Schuh. Gerd war ein Phänomen auf dem Platz. Ich habe nie einen Mittelstürmer gesehen, der sich besser freigelaufen hat als Gerd Müller. Was Gerd immer gemacht hat und was eigentlich die größte Kunst war in seinen ganzen Toren war, er hat nie geknarrt. Er hat immer nur geschoben. Der 17.05.1974. Gerd Müller und seine Bayern treten nach einem 1 zu 1 zwei Tage zuvor zum Wiederholungsspiel im Finale des Europacups der Landesmeister gegen Atletico Madrid an. Es wird eine Machtdemonstration der Bayer. Vor allem wegen Uli Hoeneß und Gerd Müller, die beim 4 zu 0 Triumph je zwei Mal trafen. Müller, kein Abseil! Gerd, jetzt! Oh! Der Gerd hat Künstler Tore gemacht, die nur er machen konnte. Einmal den Ball über dem Gegner ins Tor war es gelupft. Das hätte ich nie gekonnt. Also Gerd hat das einfach probiert. Mit insgesamt neun Toren von Gerd Müller gewinnen die Bayern erstmals den Europacup der Landesmeister. 1975 und 76 wiederholen sie dieses Kunststück. Der Bomber trifft jeweils fünfmal. 1976 gewinnen die Bayern zum ersten Mal den Weltpokal gegen Velo Horizonte mit einem Tor von Gerd Müller. Aber den wichtigsten Treffer seiner Karriere erzielt er im WM-Finale 1974 gegen Holland. Der Ball auf Müller, der dreht sich um die Eintracht zu schießen und Tor! Tor durch Gerd Müller! Das Tor bei der Weltmeisterschaft 1974, das war so typisch Gerd Müller, unberechenbar und aus jeder Situation irgendwas machen. 1979 folgt Gerd Müller seinem Freund Franz Beckenbauer in die USA und wechselt zu den Fort Lauderdale Strikers nach Florida. Mir läuft das sehr gut in der Mannschaft und die Harmonie ist gut und das Wetter ist auch immer sehr schön. Unter der Sonne Floridas findet auch das Spiel von Gerd Müllers Team gegen New York Kosmos, der neuen Übermannschaft mit Franz Beckenbauer und Pelé, im amerikanischen Fußball statt. Gerd Müller erzielt zwar ein typisches Tor, aber Beckenbauers Team gewinnt, auch wenn Gerd Müller noch einen Elfmeter rausholt. Wenn man verliert, ist immer blöd, aber er kann nicht zufrieden sein, hat einen Elfmeter rausgeschwunden in seiner neuen Beckenbauer. Und dann hat er Tor gemacht. 1981 beendet Gerd Müller mit 38 Toren in 71 Spielen seine Zeit in Fort Lauderdale und kehrt 1992 zum FC Bayern zurück. Gerd war erst A-Jugendtrainer und dann später Assistent von Hermann Gerland und das war ein Glücksgriff. Weil als Assistent von Hermann Gerland hat er aufgeblüht. Es war seine Welt, mit dem Hermann über Fußball zu reden, über die tollen Spiele von früher, über das 6 zu 5 des FC Bayern in Bochum, nachdem die schon 4 zu 0 geführt hatten. 2007 kommt es dann zum Zusammentreffen der Müllers. Trainer Gerd, Coach den jungen Spieler Thomas. Ich durfte mit ihm ja auch zusammenarbeiten beim FC Bayern 2 und konnte mir da schon noch einen Eindruck verschaffen, was er gemeint hat, wie er sich im Strafraum verhält. Natürlich konnte ich das nicht ganz wirklich 100 Prozent kopieren, weil wir körperlich dann doch unterschiedlich sind. Aber trotzdem konnte ich da sehr viel mitnehmen. 365 Tore in der Bundesliga. Unglaubliche 40 Treffer in einer Saison. 18 Titel in verschiedensten Torjägerlisten. Der Bomber wird unvergessen bleiben. Es gab sehr viele gute Stürme, aber es ist keiner an den Gerd Müller angekommen. Tore werden in der Bundesliga so geschossen. Großartig gemacht, das ist der alte Gerd Müller, wie er sich so durcharbeitet. Durch seine Tore hat er natürlich viele, viele Titel ermöglicht. Gerd Müller ebnet den Bayern den Weg zum ersten Weltpokaltitel. Er war so was von gierig auf Tore, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Lieber Gerd Müller, ich habe die Ehre, ihn heute zum Fußballspieler des Jahres zu verdienen. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie es schön gewesen wäre, neben Gerd Müller zu spielen. Der Gerd war vielleicht nicht der beste Spieler, aber er war der wichtigste. Müller! Das kann man auch nicht in Worte beschreiben, was der Gerd Müller für den FC Bayern geleistet hat. Für mich wird, solange ich atmen kann, solange ich lebe, wird der Gerd ganz oben sein. Sie hatten ja Gott sei Dank den Bomber der Nation, sie hatten ja Gerd Müller. Er hat ein Reaktionsvermögen gehabt, wie wahrscheinlich kein zweiter Mittelstürmer auf der Welt. Ohne seine Tore, ohne seine Rekorde wäre der FC Bayern nicht da, wo er heute ist. Deswegen vielen Dank dafür. Lieber Gerd, ich würde mir wünschen, dass du all die Glückwünsche mitkriegen könntest, die dir heute wieder fahren. Denn an so einem Geburtstag wie deinem 75. würdest du erstmal feststellen, welch großartiger Spieler, aber auch Mensch du warst. Und das würden alle, die damit zu tun haben, die auch heute gerne sagen. Ja. 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 Ja.